Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Dorne, das viele Lichtjahre von zu Hause entfernt ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Dorne dringt dabei in Galaxien vor, die noch nie ein Gemma da zuvor gesehen hat. Dankeschön. Mein Name ist Ballas. Du bist von Starfleet, oder? Ja, ist richtig. Wir würden gerne wissen, was hier passiert ist. Okay, okay. Ähm, was ist der Unterraum? Okay. Äh, sehr, sehr schön. Ich werde aufhören zu fragen, wer das geschrieben hat. Es war irgend... Ja, man möchte nicht beleidigend sein. Ich sag mal, nichts dazu. Es ist einfach doch schlecht. Okay, ja. Wenn ich kann. Underspace ist ein Netzwerk von Subspace-Korridoren, die durch viel der Delta-Quadranten extendieren. Voyager wurde in einen, als sein Warpfeld interaktierte mit dem Korridor radialen Wandel. Wir haben damals spekuliert, dass die Korridoren unsere Reise zurück in den Fäderationsspiel werden. Das war nicht möglich. Der Unterraum ist ein Geheimnis der Tourist. Wie ist es den Angreifern dann gelungen, ihn zu benutzen? Die Attacker waren Vardwarr. Voyager hat tatsächlich mit einem unserer Korridoren interaktiert. Aber stattdessen der Info, die wir geholfen haben und auf ihren Weg gehen, haben sie neu geholfen. Wir haben unser größtes Enem. All dieser Destruktion, jeder Tod, ist alles Voyager's fault. Ja, das passiert ja nun öfter in Star Trek. Äh, Vardwarr? Impossible. Es kann nicht die Vardwarr sein. Ich... Ich würde es wissen. Hey, Seven, auch du weißt nicht alles. Äh, die Vardwarr sind nicht wichtig. Das einzige Wichtige hier ist, unsere Mission zu erfüllen. Seven, wer sind die Vardwarr? Das... das ist all my fault. When we first encountered the Vardwarr, they were in cryostasis. I foolishly awoke their leader in a moment of curiosity. I didn't know their history. They were conquerors, despots. The Vardwarr used Underspace to rule the Delta Quadrant for decades. It was only when the other races banded together that they were defeated. Okay. At the time we encountered them, when I... when I awakened them, Captain Janeway said she probably would have done the same thing. But it wasn't her choice, it was mine. I am responsible. However, the Vardwarr we encountered did not have a level of technology like what we face here. This is far beyond anything the Vardwarr are capable of developing in such a short amount of time. Hmm, verstanden. Wie lautet der Plan? My analysis remains unchanged. We need to restore functionality to the defense grid. There are four nodes located on the edge of this complex. We must restart these nodes and realign them to the central tower to reestablish the grid. I'll go to the central tower and start the initialization sequence. Okay. Große Tür öffnet sich. Warte mal. Der Soldat ist... Die beiden Soldaten sind schon fast tot. Schräg. Okay. Wir sollten zu den Punkten, zu denen wir hinsollen. Aber ich denke mal, da werden immer so nachträglich. Wir mussten uns mit dem Toray, um die Vardwarr zu erlangen. Ey, lass denen Ruhe. Ruhe auf. Ciao. Geht's dir gut? Dir geht's gut. So. No further hostile beams detected. Okay, Verteidigungsknoten analysieren. My analysis of this node is complete. Execute the following steps in the correct order. Okay. First, you must launch the start-up sequencers. Start sequence. Next, you must charge the capacitive relays. Capazitiv. Finally, you must establish the satellite uplink. Verbindung. Verstanden. Okay. Start. Aha. Äh. Kapazitiv. Okay. Start. Aha. Äh. Kapazitiv. Satellit. Sehr gut. Läuft. Nummer eins von vier. Ich denke mal, die sind an jeder Ecke. So wie das aussieht. Also einfach einmal drum rum laufen. Ja, ihr kommt da schon klar. Guck mal hier drüben, was ich tun kann. Admiral Tuvok asked me to leave my post at the Daystrom Institute to assist the Callisto. I thought the probability of seeing the Vodwar was statistically insignificant. Ah, sterbt mal schnell. Ich hab grad keine Zeit. Muss hier Dinge tun. Sehr schön. Sehr schön. So. Nächste Pult. Komm, gib mir... Wir müssen unsere Superioren über die Vodwar-Frage. Wow, hat sie wieder durcheinander gesprochen. Okay, okay, okay. Verteidigungsknoten analysieren. Natürlich. Ich habe meine Analyse. Komplett die folgenden Schritte in der richtigen Ordnung. Natürlich. Erstens, ihr müsst die AI-Subroutine akzeptieren. Nächste, ihr müsst die Verteidigungsprotokolle updaten. Hauptrelais. Okay. Ähm... KI. Ähm... Verteidigung. Und... Na? Na? Hauptrelais. Jawohl. Sehr schön. Zwei von vier. Ab zum nächsten. Ab zum nächsten. Der ist schon tot. Dass hier manche einfach schon tot rumstehen, ist schon... Bedenklich. So, ihr da hinten. Freut euch. Ich bin hier. Ah, der hat überlebt. Der auch. Jetzt nicht mehr. Next. Hä? Nicht verarschen. Schräg. Na gut. Äh... Roter Alarm, kannst du aufhören? Ich habe dir Dinge zu tun. Na klar. Na klar. Analysis complete. Performe diese Schritte in der korrekte Ordnung. Aha. Erst, ihr müsst die Start-up-Sequenzer starten. Start-up, ja. Start-up, ja. Start-up, ja. Start-sequenz. Dann... Verteidigung. Und... Hauptrelle. Okay. Defense Mode on. Ja, gut. Läuft. Ab zum letzten Punkt. Ey, ihr da. Schnauschen halb tot. Schnauschen halb tot. Soll das so sein? Ich habe irgendwie Zweifel daran. Düm, 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 düm. Düm, düm, düm. Ihr schafft das? Ja, aber kann man ja auch vorher nicht wissen, Seven. Alles, alles gut. Das versteckt sich dahinter? Das ist doch frech. So. Nun. Warten wir wieder auf den roten Alarm. Keine weitere Hostile-Bände detectiert. Mhm. So, Analyse. Na klar. Fahren Sie fort. First, you must reboot the core matrix. Kernmatrix. Kern, 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 Kern. Next, you must charge the capacitive Relays. Relay. Kern, Relay. Finally, you must align the main relay. Und Hauptrelais. Alles klar. Kernrelais, Hauptrelais. So. Kernmatrix. Neustart. Dann. Kapazitive Relays. Aufladen. Und. Na. Hauptrelais anpassen. Perfekt. Perfekt. Und nun? Verteidigungssystem aktivieren. Sehr gut. Gesichert. Nachricht an Bellas. Starfleet, I need assistance at the Central Tower. Alles klar. I'm on the way. I help you. Go away, bad guy. Er war sehr schnell weg. Na gut. Dum dum dum. Dum dum dum. Wenn wir erst den Vaaduwar rescuerten, haben wir gedacht, dass wir allies sein können. Hessische Drohne. Hey, kann ich... Moment. So. Kann ich helfen? Your team did an excellent job getting the defense nodes back online and realigned to the central hub here. The restart process will take some time, but the defense grid will be active in about two minutes. Okay, okay. We'd be in good shape if the Vaaduwar hadn't launched more assault pods. These are mobile transporter pads used to bring more troops to the surface rapidly. I assume they're coming to stop us from restoring the defense grid. Okay, okay. Wir müssen sie aufhalten, bis das Verteidigungssystem den Reaktivierungsvorgang abgeschlossen hat. Das ist genau das, was er uns gerade erzählt hat. Das ist schrecklich. Da könnte eher sowas stehen. Klingt nach einem Plan. Lass uns loslegen. Wir kriegen das schon verteidigt. Bei der Rest steht im Text. Nun. Verstehe? Warum wurde keiner anvisiert? Kannst du mal stehen bleiben. Mache ich eben hier einfach meine Runden. Oh. Oh, das war glaube ich dumm. Soldaten verarzt. Jawohl. Geht gut. Die werden nicht anvisiert. Von meiner Fähigkeit. Warum? Wie doof ist denn das? Ey, ihr. Der ist schon wieder am Arsch. Geh auf, Junge. Wenn wir mal aufhören, so komisch zu laufen. So, und jetzt wieder. Moment, wer warst du? Und wetten. Ach, jetzt, jetzt nimmt das. Wow. Oh, wow. Äh, hier Auf die Beine helfen Sehr schön Äh, hier, Soldat verarzt Bin ja da nicht so Ich mache natürlich keinen Schaden Weil ich hinter einer Fake-Band stehe Äh, was? Okay, letzte Welle abwehren Ähm, die kann ich nicht angreifen Einen kommenden Nachrichten Ich empfange eine Nachricht Von der USS Thorne Die Watva ziehen sich in den Unterraum zurück Selbst bei aktivierten Verteidigungsgitter Hätten die True-Rae sie nicht besiegen können Warum also haben sie sich zurückgezogen Hm, seltsam Es ist nicht wunderschön Voth-Reinforcements haben in Orbit Diese Watva wollen nicht Mit einer offensichtlich superiösen Kraft Aha, wirklich In meinen Erinnerungen wurden ihre Schifte von den Watva auseinandergenommen Während wir große Verlusten haben, haben wir gut gemacht Mit der Terrain Bellas, wir haben eure Gefängnisgrid Aha Was waren nur wir Ihr meint, dass Seven und ich das Verteidigungssystem wiederhergestellt haben I'm not interested in petty squabbling About who did what The Grid is restored and we are safe That's all that matters Ja, grundlegend schon Entschuldigung, Bellas Erster Die USS Voyager ist in den Orbit eingetreten Admiral Tuvok möchte sich zu ihrer Position herunterbiegen Äh, warum braucht er da jetzt eine Erlaubnis von mir? Das war Quatsch Soll er einfach kommen? Seven of Nine Admiral We detected the destruction of the Callisto What? It was your fault Your ship invaded the Voth outpost You woke the Vardwarr Vardwarr Interesting Starfleet Intelligence did not consider them a threat We believe their numbers were few And their technology outdated Then you were wrong The Vardwarr have returned And no one is safe I see Seven Voyager could use your expertise again Will he return to the ship? That would be acceptable Very well We will take the other survivors from the Callisto as well Thank you Gerne Voyager 2 to beam up Ähm Da war sie doch noch da Seven of Nine hat die Voyager ohne Probleme erreicht Und die Vardwarr stellen auf der Oberfläche keine Bedrohung mehr dar Der Wodkommander hat uns zu verstehen gegeben Dass er sich um die restlichen feindlichen Einheiten kümmern wird Wir können auf Ihren Befehlen auf die USS Thorn zurückkehren Na dann Beben Sie uns auch Ah, stimme ich zu Ah, okay, okay, okay Äh, viel Glück Seven Seien Sie vorsichtig da draußen Und melden Sie sich, wenn Hilfe nötig ist Jawohl Sobald sie bereit sind Können wir das System verlassen Erster Jawohl Und, äh So wird dann wahrscheinlich auch Gleich die Folge enden Nehme ich mal an Also Was heißt die Folge? Die Quest auf jeden Fall So So Warten wir kurz auf Delta Quadrant Kommando Und, äh Schließen dann damit die Mission ab Ja Sie waren gefährlich bevor Und jetzt haben sie Tech Die können den Moth Wenn die Vodwar kommt für uns Wir müssen bereit sein Ja 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 Genau so ist es Und damit endet die Quest Offenbarung Und wir können uns noch Eine Belohnung wählen Und Ja Was war Cluster Torpedo Die tatsächlich Also Wir haben ja schon damals Beim ersten Mal durchspielen Haben die mir Echt gut Schaden gemacht Jetzt mittlerweile kriege ich das Ganz gut klar Aber So als Anfänger sind diese Cluster Torpedo Echt mies Wenn die einen treffen Na gut Ich nehme meine Belohnung an Und Ja Ich danke auf jeden Fall Fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann Bei der nächsten Quest Im Delta Quadranten Bis dann Und Ciao Ciao There's something There's something Playstation 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 Playstation